und und dort wird der Tiefel vorab aus der Art der Freude an der Zeit ein kleines FNAF-FAN-GAME heute will so ein Projekte Rui jetzt aber wir müssen man schausten ordet ich freue mich drauf im Jürgen auch auch zu pläten erst mal, wie du play, teachest du die Mechanik der Eich Charakter. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, du Scheiße. Sex Animatronics. Sex? Oh. Possibly progress the camera through the window if he's in the hallway in front of you. Use light button to see whole light on him. Aha. Glänzie. It's simply closed early in the night. When it's simply closed, shut off the camera light. Oh je, ich kann mir doch die Gesichter gar nicht alle merken. Ach du Scheiße. Let me make his face. Let me make his face. Let me make his face. Ach du Scheiße. Oh, I'll open the camera so this is the CEO. When he appears in the office, open your camera. What? Greg starts right outside your office and will come inside when your camera is up. Also der mit der Mütze muss man da draufklicken. Ach, das kann ich mir nie merken. Das kann ja heiler werden. Sorry. Night one. being so. Dass ich mich was will, ich Люge aushöst bin Birthday, hall you tweak your magic books. Ah... Ach du Scheiße. Das kann ja lustig werden. Nein, hold. Das gar nicht. Ich würde überraschen. Aber sieht schon mal gut aus. Geräusche? What? Ich habe nur auf die Nase gedrückt und bin tot. What? Hello? Continue. What? Ich habe mir gar nichts getan. Also ich war mit Sicherheit einer der schnellsten Tode, die ich jedes Mal mit Fluff-Fanspiel oder Fan-Game gestorben bin. Yeah. 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 Project Re-Adjusted. Well adjusted. Oh, hey. Welcome to Buster's Dino World. I hope you're excited to be here. I've been spending only five nights here in Chile. Now, this place isn't necessarily... Um... 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 West Office, West Hall, aber es sieht gut aus muss ich sagen, nice, auf jeden Fall mal nichts geklaut, es ist schon mal viel wert, was er mir hier eigentlich erzählt habe ich keine Ahnung, ich sehe hier noch keinen, was erzählt er eigentlich, was Cameras 10 p.m. Batteries 4, what? Lights off, Tugel, ah, lights on, lights on, lights on, lights on, lights on, lights on, das brauchen wir doch irgendwann mal, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, er erzählt ziemlich viel muss ich sagen, what? Enjoy Glanzer's Show, bum bum bum, kann ich hier laufen, ah, ich kann hier oben laufen, ich bin da hier oben, ah, Glanzer, nice, I love it, war die Nacht schon rum, wieso komme ich hier nicht durch, Leute, lasst mich durch, hier komme ich nicht durch, hier komme ich nicht ich muss doch hier irgendwie durchkommen, oder not, what? Why I don't come tooth die ich weiß was hier machen ich habe keine ahnung ich komme hier nicht durch kann ich hier was anklicken die Arschgesichter I don't know also hier komme ich nicht durch ich gehe mal da runter ich hoffe ihr erkennt doch was weil, ah ja jetzt komme ich da runter Depp I'm the Hulk man Was ist da unten? What? Geschenke Weihnachten What? Oh nice Wir haben irgendwas bekommen Ich gehe mal da hoch Da oben scheint auch noch was zu sein was wir brauchen Geh bitte zu mir Nein Ah doch Hab ich doch gewusst Dum 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 Nice Ach ja Huch Böse Ja ja Verehrt mich auch Du mich auch Huch Hier ist was Und da oben ist noch was Dann haben wir alle Und du? Und Now What happened now Gehts hier vielleicht drunter? Noch Oder müssen wir hoch Ich weiß ja nicht was wir hier alles einsammeln müssen Überhaupt ja keine Ordnung ne Ich bin ja Depp Oder muss ich es hier hin machen Wir haben vier Sachen eingehaut Ich gehe mal da hoch Zu dem Prediger da Kann ich nicht What? Continue What? Wieso jetzt schon wieder Nacht 1? What? Ich hab doch auf Continue bin ich doch gegangen Häh? Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Nacht 1? Shut up WHAAAT? WHAAAT? Äh Ich 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 komm Irgendwie schraff ich es nicht das Spiel Es sei mir verziehen, aber ich raff's nicht. Ich hab mich auch gewundert, warum die Nacht so schnell rum war. Am besten nirgends mehr drauf drücken. Hm. Leute, ich weiß es nicht, was ist es nicht. Was stand denn da vorhin? Äh, what? Hier ist ja keiner, ich weiß, ich kopier es nicht, ich kopier es nicht. Ich hab keinen Plan. Charging, charging. Jetzt haben wir noch vier Batterien. Control-Modul. Tugel. Lights off. Ich hab keine Ahnung. Hat das jetzt, dass ich die jetzt die Nacht eins nochmal überle- äh machen muss. Also das ist jetzt... Es kommt doch gar keiner. Und das ist jetzt schon die Update-Version, ne? Wo ich jetzt spiele. Das ist der einzige, wo ich sehe. In alle anderen Räume seh ich ja keinen. Und hier unten ist niemand. Hm. Hm. Und sonst kann ich ja nirgends was tun. Also ich kapier nicht. Im Moment drauf ich gar nichts. Hier ist ja auch niemand. So. Ich hör auch nichts. Also irgendwas scheint ja nicht ganz zu stimmen. Muss ich mir die selber dazu machen, oder? Ich weiß es nicht. Wohin. 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 Motion detected. Reloaded? Bewegung? Er hat irgendwo Bewegung registriert. Aber wo? Where are the motions? It's all You have a light? No Where are some motion? I don't see anybody is coming No one is coming No one is coming I can't... That's all that's cool, isn't it? But I... It's coming no one is coming What will the Sack of me? Motion detected Oh Die Äuglein leuchten Kann das richtig sein? Wir müssen auf jeden Fall von 8... Äh, von 10 Uhr glaube ich Bis 6 Uhr morgens Also immer 8 Stunden Nicht 6 Stunden, sondern 8 Stunden Überleben Damals habe ich mich vorhin gewundert Warum auf einmal die Nacht rum war Aber das kann ja auch nicht normal sein Ich bin ja nicht tot gewesen Warum wir dann schon zum Minigame gekommen sind? Ich muss nur aufpassen Ich habe ja nur 5 Batterien Ne? Damit ich Batterien spare Jetzt habe ich ja schon eine verbraucht Motion detected Wo sind die Motionen? Sind die da oben weg? Nee Er schon noch da? Huh? Wer war das? Wer war das? Oh Irgendjemand kommt Irgendjemand kommt wo ich nicht weiß was ich tun muss Er hier Ja Moment wenn ich jetzt mal hier Tugel mach Bringt das was? Nothing Auf jeden Fall kommt jemand Und bloß nirgends hier drauf drücken Sonst ist das Spiel zu Ende Habe ich euch festgestellt Nee? Motion detected Aber hier passiert ja noch nichts Aber das Spiel ist ja interessant Und vor allem ist es mal Ein eigenes Spiel Nicht so irgendwie Ahja Finde ich jetzt von der Umgebung her mal was Neues Die Mütze gefällt mir Die Harlekenmütze The Harleken Cap Nice game Und ich kann mir vorstellen dass es Es sind halt 2 AM Ja wir haben die erste Nacht überlebt What? 2 AM? Mit... Bläh? Von 8 bis 2 What? 2 AM 2 AM Ah nice Ah 2 Ich mach mal hierbei Ich geh mal kurz auf die Settings Das hat die Include 2 Fullscaling Mode und Data Delation What? Ah nein das brauchen wir nicht Ich würd sagen Continue Jetzt ist nämlich Jetzt haben wir die Nacht überlebt Ah ich wollte noch gucken Wer der was man bei dem mit der Harlekenmütze machen muss Uuuuuh I'm a silly man Auch die Nacht 2D ich spiel mal jetzt nochmal Ah sie ich mir test so viel überlebt Ich weiß auch nicht ob ich sie überlebt Hehehehe Hehehehe Thanks to the developer Oh I love this game It's... 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 It's cool Ohhhh The unknown phone callers Back in town Jojo Nix passiert All fine Uh... And... Twelve years ago Uh... And I thought Uh... And I thought The unknown time Got a little... More active As the week progressed Um... You know Monday Be... A little calm And then Everyone starts to be more active Maybe she says Maybe it's the party Or something Maybe they have to get the party And... Just go out Or something I don't know So... Yeah Tonight There is an animatronic In an unknown Unlearned location Um... If you look at your camera system Uh... You can look at The control module Um... There... Uh... There's actually a room Under that Um... Of... Let's say Next to it And... There is an event Leading right to your office And there's an animatronic Uh... Old buster Uh... Yes... 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 James... James... Ah... He.. He... adesagt He... Zmeration Dasoperation Zweitefors kam Von der alten Serie... Der hat den wo man mit dem licht wegjagen soll Wir sollen hier auf dieses control model shown Yes Also er hat sich alte von 10 Jahre alte Sachen angeschaut, Kameraaufzeichnungen und jetzt kommt er noch, Ned and Clancy kommt er noch Yes, come all to me Ich hab eh keinen Plan I don't have a plan Yes, goodbye Wir sehen uns morgen Hop ich doch auch Also immer schön auf den mal gucken den mal im Auge behalten und dann mal gucken was passiert Aber so finde ich es cool Wir haben schon Minigame gespielt Sind schon ein paar Mal gestorben Yes, I love it Wenn ich nur wüsste wo ich bin Ich bin daheim Nice game Also schon mal Es ist jemand in der Lüftung Und Lüftung hab ich nicht hier auf dem Schirm Was soll ich machen, wenn der andere in der Lüftung ist? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist der Typ in der Lüftung? Das Licht ausmachen? Das Licht ausmachen? Ich weiß es nicht mehr Ich weiß es nicht mehr Wir werden drauf gehen, Leute Weil man hat ja hier auch keinen Ups Game over Game over Müssen wir mal kurz gucken How to play Was sagt er mir hier? Nur mal kurz gucken Wer war das? Das war er Wenn er in der Kamera Wenn er in der Office appears Open your camera so he doesn't see you Wir hätten nur an der Kamera sein müssen Bleiben Also wenn wir den in der Lüftung hören Dann auf jeden Fall Nur Kameras anlassen Okidoki Aber Leute Wie es weiter geht Mit Project Readjusted Mit Part 2 Das sehen wir erst In einer weiteren Folge Wenn ihr wollt Müsst ihr halt wieder anschalten Das tut ganz an euch Schreibt mir doch was in die Kommentare Was euch gefallen hat Mir hat es sehr viel Spaß gemacht Thanks to Make a loss loss Nice game I love it I love it I love it Great Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch für's Zusehen Würde mich freuen Wenn ihr wieder einschalten würdet Und falls ihr einen Daumen habt Dann lasse ich doch einfach mal da Nicht einfach sagen Jo Machen wir Macht es doch nicht Tut ja keinem weh Und mir macht es ein bisschen mehr Freude Ansonsten Bleibt mir nur noch zu sagen Genießt das Leben Enjoy your life Hobt Spaß miteinander Frau zu euch nicht Und bis zum nächsten Mal Ich sage tschöpidänen Euer Rostigerentner Das war Project Readjust Enjoy your life Have fun Und please Come back To my little rosti channel I love you all Thank you Goodbye You rosti man Must go Bye bye Ciao Bye 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 Vielen Dank.